Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3 Multiplayer Modus mit dem Sepp Hallo Und dem Dennis Oh yeah Und wo spawnen wir? Ich spawn in der... grad in dem Jet Weil ich hab nämlich ein Video gesehen, dass man sich hier in den Achievement holen kann mit relativ wenig Arbeit Das willst du jetzt schon machen? Jetzt wo die gerade fett am Angreifen sind oder was? Nein, erstmal will ich jetzt mit dem Jet in der Runde fliegen Um die runter holen, weil ich will unbedingt noch den ECM-Dings machen Ja, okay Das heißt, dann lauf ich wohl am Anfang erstmal alleine, weil der Sepp möchte auffliegen Wo bist du denn? Wo bist du denn, Petter? Ne, dann lass hier zu DE gehen Ja, ich bin hier in so einem Auto Ja, komm, komm Sepp, wo läufst denn du hin? Achso, da versorgen Ich sag, mein Chip nicht, wenn man sowas verklatscht So Der schießt auf mich Autsch, Autsch, Autsch Autsch Wie haben wir es schon? Ja, scheißegal Oh shit, raussteigen Ja, hab ich Alter, wie haben wir das denn überlebt? Passt mir awesome Ich schieße schlecht So Sind hier denn welche? Hier war gerade eine, dann hab ich kaputt gemacht Ja Haben die A eingenommen, oder wat? Nein Oh mein Gott, Peter Geh weg Geh weg Geh weg Ich kann uns heilen Wo sind wir denn hier überhaupt? Wir sind am Arsch der Welt Nein, wir sind mitten im Geschehen, Peter Nicht mehr wie viele Leute ich schon abgehalten hab von E Äh, E jetzt zu erobern Ja, wir kommen jetzt auch mal wieder nach E Oh, hier waren einige Infantristen bei E Oh Ja, am Strand, die sind aber tot Ganz schön knapp So vorne fädelt So, aber die schleichen sich auf deren, währenddessen vollkommen woanders hin Nämlich Richtung C langsam aber sicher Und ich komm hier von ihr nicht weg Aha Ein Buggy Ein voller Buggy Und die haben D Die haben D Die haben A und B vor allem Loll Wo sind denn jetzt hier alle? Ach, scheiße Wie viele sind denn hier? Na man, Level 41 Scheiße Danke Okay, das ist alles ganz schön geil Gehen wir von E oder von C Richtung D Ich bin aber von C Richtung D laufen Okay, ich bin gerade schon bei E gespawnt, weil E gerade übernommen wird Und ich direkt gestorben bin Troll me now Troll me now, ey Den sehe ich dauernd Hier wird immer noch übernommen Ah, wolltest du die Flagge einnehmen? Du Sack, das gebe ich nicht so Scheiße, die haben den Tank geklaut Bei E Weiß nicht was ich Kannst du bei mir spawnen? Kann man das spawnen, ja Macht das mal besser Nicht What the f*** Also, der macht aber besser nicht Aber ich bin schon schwarz Noch haben wir ihn Noch können wir den Tank töten Ja, ich brauche noch zwei Sekunden Na, jetzt bin ich wieder da Dito, und der Tank ist down Dafür bin ich jetzt hier Alter, ich werde sowas von beschossen Ab nach E würde ich sagen, oder? D D, ja Ich habe nichts zu heilen Alter, wer ist jetzt denn irgendwie Wir könnten den Tank nehmen Okay, Yannick nimmt schon den Tank Wer möchte mit Alter, hat der mich aus dem Handy rausgeschossen und klaut uns den jetzt Ja, genau Das ist aber ganz schön geschickt von dem Hatte einer von denen dann 15-0, doch das ein Cheater ist Nein Der muss ja nicht, kann auch gut sein Ja, aber Einer ist beim Strand Richtung E ausgestiegen Also, watch your back, Dennis Ach, deine Hurt, Oma, ey Ich bin die GD13 Oder so ähnlich So Von wo denn? Ach, von dahinter Alter Will der mich verarschen? Sag ein Ja, komm, ey Wo, wo In den, was? Ja, ist schon gut Der Tank ist schon wieder unser und voll Sollen wir den Buggy hier nehmen? Ja So Hat ein AB Naja So So Genug der Spielerei jetzt hier Jetzt wird mal Nägel mit Köpfen Ich muss mal kurz reparieren Ne, unser Ding hat noch viel Rastchapel Oh Gott, das Ding fährt weiter, da zu stehen bleiben Da geht doch Sneak Attack mit Maschinengewehrfeuer Hast du den Jet gesehen, wie der an uns vorbeigeflogen ist? Ja, der hat uns nicht gesehen Ne, glaub ich auch nicht Reicht Ich glaub wir werden hier ein bisschen beschossen Unter dir Ich werd gemessert Ich werd gemessert Ich hab dich Zumindest gerecht Okay, zwei Leute hab ich getötet Das bringt uns allerdings überhaupt nichts Weil ich kein Dingens hab Ich kann euch nicht wiederbeleben Das heißt Ich versuche zu überleben Ich bin bei dir Sehr gut Ja, der Zaui Wall, Junge Schon gehört uns B wieder Und die haben Ehring genommen So eine Scheiße, ey Das ist auf dem Weg, den immer so ein Hin Alter Oh Gott Alter Da ist ein Panzer Ne, das ist ein Unterpanzer Ne, das war Granatwerfer Da oben ist ein Panzer Da oben kommt ein Panzer Oh Gott, der Panzer wird mich sowas von umbringen Oh ja, hat er auch Da ist ein Heli Da sind zwei Helis, ey Ich hab das Fahrzeugkampf und Fisch gemacht, immerhin So, erstmal wieder Sunny gehen hier Damit ich euch ein bisschen helfen kann Da ist noch einer rausgesprungen, Wattenwixer Doch, das kann doch nicht wahr sein, wieso ist jeder nicht tot? Bei B, Troll Me No, steht da Dieser verkackte Troll Me No, der tötet mich relativ häufig Hat der eine von euch in der Friendlist, kann man den bitte kicken? Ich muss auf Flugplatz schauen Naja, Dieter Okay Okay Ja, Siggi Jawoll, Herr, gib mir Wieso haben die denn bitte jetzt B wieder eingenommen? Weil die gut sind Wir haben das echt ein bisschen drauf, ne? Da hat jemand den Granat vor die Nase gelaufen Was? Komm schon, nirgends, unten oder oben? Alter, hab ich das jetzt verloren hätte! Hab ich aber gekotzt! Danke So, D wird zurückgeholt Ich hab auch Was haben wir eingenommen? Irgendwas hier Wir holen uns gerade A Bei D ist einer vor Ort Ah, da hinten Fuck! Na, sauber, Jungs Na, scheiße! Alter Ach, das ist doch echt zum Kotzen Ist das die bei A? Okay, wir hatten Stellungswechsel auf einmal Gehen wir jetzt zu A, oder wat? Ich hab nicht drüber, sie hab einfach nur gejoint Wir sind gerade bei A Da sind ein paar Ich werd beschossen, ich werd beschossen Der Heli beschießt uns, alter Schwede So, der AVM-Track hat mich getötet Alter Schwede, was geht denn hier ab mit dem Heli? Der M-Track hat mich auch getötet Der M-Track hat mich auch getötet Ja, dann nochmal bei Zepter Irgendwann Kommt da Da kommt ein Fahrzeug Mein Gott Alter, was geht denn hier bitte ab? Bei E am Flughafen, am Flugplatz ist voll übel Der ist C C Ich werd nicht mal wieder belegen Hatte der Heli, wa? Die haben zwei von denen, oder? Ja Ich bin auch bei einem zu C Er kann sein, dass die uns den geklaut haben bei C Aber da ist ein Panzer direkt hier Bei C sind auch mehrere Ja, und ein Panzer Finde ich zumindest erwähnenswert Finde ich zumindest erwähnenswert Leute, dieser Was ist das denn für ein Hurensohn von Jet gewesen? Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Ach, alter wo spawne ich denn jetzt? Dann muss ich ja bei B spawnen Sekunde, 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 Sekunde Ja, ich komm mit Da war ja gar nichts Vor die paar Rasse Wir wollen uns jetzt E Wir wollen uns E Wir wollen uns E? Wie E, Peter Ja, warum denn nicht C? Weil E viel klüger ist Weil die ja nicht erwarten Achso, ja Und so kriegen die viel mehr Flugzeuge Und können noch mehr abfahren C wird doch gerade eh schon übernommen Das hab ich schon mit eingeplant Zeppel-de-deppel Was ist denn Heli bei uns? Ja, weiter geht's Noch haben wir eh nicht Natürlich Jetzt haben wir eh Wo ist der Nerd, Richard? Alles klar, Zepp Noch der andere ist da Oh, du Sau Alter, schwer Du musst rechts rüber, Zepp Rechts rüber Ich wollte nur den Heli-Typ verwirren Oh mein Gott Da ist irgendwo einer Erledigt Die haben mir derzeit natürlich wieder A eingenommen Was sonst? Peter? Ja, wir haben ja unseren eigenen Achso Wir sind irgendwo Sniper Ab nach B, wa? Ab nach B! What the fuck? Der fliegt mit dem Heli weg! Alter, die haben uns den Heli geklaut Egal, scheiß drauf WUH! Was ist der für ein Ding hier? WAS ist der für ein Ding hier? Der ist zu